Hallo und herzlich Willkommen. Im heutigen Teil geht es um eine Leuchtstofflampe. Die sogenannten Rasterleuchten findet man immer noch sehr oft in Bürogebäuden. In dem Video geht es nur um das Zerlegen der Leuchtstofflampe. Es ist keine Reparatur oder Montageanleitung. Von den Leuchteinheiten wurden mir mehrere kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich zerlege die Lampen, da ich für die Rasterleuchten an sich keine Verwendung habe, allerdings das Material für zwei verschiedene Projekte noch benötigt. Ich werde die Rasterleuchten einstellen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und schaut gerne wieder rein.